Als kleine Putz-Free-Free Burp Als kleine Putz-Free-Free Warum kann ich denn nicht Fee sagen? Mann, Burp Als kleine Putz-Free-Burp Hallo ihr Lieben Draußen ist das Wetter noch irgendwie ganz grau und kalt und bäh, also was bietet sich da mehr an als ein Shopping-Ausflug zu UDM? Okay, ich wäre auch zu UDM gefahren, wenn es draußen total sonnig wäre Ich liebe UDM, ich bin UDM-süchtig und ich könnte einen richtigen Ausflug planen, ja, ich brauche mir mal so eine Einkaufsliste und muss dann auch alles austesten und riechen und schnuppern und duften. Ich habe mich ja heute dahin geschleppt und er war nur ein nettes Beiwerk, hat ganz gut ausgehalten und ich habe geshoppt Ihr werdet euch gleich wundern ich habe nicht viele Beauty-lastige Produkte gekauft, wenn ihr auch daran interessiert seid, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, dann habe ich wenigstens ein schwarz auf weiß Grund für mich ja, dass ich neue Kosmetik brauche Ich habe heute viele, viele Haushaltsprodukte gekauft viele Dinge, die mir immer wieder in den Einkaufswagen fallen, weil ich so begeistert davon bin Ich hoffe also, dass der ein oder andere Tipp für euch dabei ist Ich hoffe auch, dass ich den Einkaufszettel nicht weggeworfen habe Ansonsten muss ich raten Also wenn ihr die Preise gleich hier in der Ecke findet dann habe ich den Einkaufszettel gefunden Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und jetzt geht's los Ich hatte heute übrigens ein Leben am Limit Ich bin nämlich mit einer Rossmann-Tüte zu DM gegangen Aber die Verkäuferin hat sich nicht daran gestört Sie hat es mir sogar bestätigt, dass es nicht schlimm ist Ja, dann wundert euch bitte nicht Ich kaufe einfach immer zu viele solcher Tüten Und irgendwie braucht man sie dann nie Und jetzt habe ich mir angewöhnt, immer so eine Tüte dabei zu haben Wir haben die immer im Auto Und dann kann es eben auch mal vorkommen, dass man mit so einer hässlichen Rossmann-Tüte Das ist echt hässlich So eine hässliche Rossmann-Tüte mit Hundefutterwerbung drauf zu DM geht Als allererstes habe ich zwei Taschentücherpackungen gekauft Die sind immer praktisch, die braucht man immer Einmal für zu Hause und einmal für die Kita Für die Kita ein bisschen größeres Pack Dort ist es nämlich so, dass wir alle drei Monate Einmal-Taschentücher und Feuchttücher mitbringen müssen Weil die Kinder das quasi alles aus einem Pott nutzen Das heißt, jeder bringt mal was mit Und wenn dann mal was leer geht, ist es nicht so schlimm Weil wir dann irgendwie vergessen haben, was einzukaufen oder so Von daher, ich mag die Regelungen sehr gerne Deswegen kaufe ich da immer so ein großes Pack Und auch Feuchttücher Ja, das sind auch die, die jetzt gleich in die Kita gehen dann Ist von Babylove, die Eigenmarke Für zu Hause nutzen wir immer Penasen, weil ich den Duft so mag Aber für die Kita reichen die auf jeden Fall Die mag ich auch sehr gerne, die sind schön feucht Das ist sowieso sehr unempfindlich Und die anderen Kinder ja anscheinend auch Also, und das dann für zu Hause In chic quasi Taschentücher braucht man immer Für eine Bademixe wie mich Gibt es natürlich nichts Wichtigeres als Badesalz Und ich habe gestern festgestellt, dass ich ein neues Lieblingsbadesalz habe Nämlich den Zusatz von Tittesept Ich bin gestern mit diesem Badezusatz baden gegangen Und habe dann noch eine Wahnsinnig weiche Haut gehabt Und so einen, wie so einen eingecremten Film Auf der Haut Das war so schön Und dann habe ich mich bewundert und mich belesen Und habe dann gelesen, dass es Badeliposome in diesem Zusatz gibt Die dafür sorgen, dass die Haut besonders weich wird Und das fand ich so schön, dass ich gleich nochmal welche gekauft habe Ich mag den Duft auch sehr gerne Das ist mein absoluter Liebling Weil Pfirsich und bei mir kann alles mit Pfirsich sein, ja Das, äh Und Ella freut sich zudem auch immer Ich kaufe immer welche, die auch für Kinder benutzbar sind Bei einem Baby ist natürlich wieder was anderes Ella mag das immer sehr gerne Wenn sie sieht, dass ich sowas kaufe Dann sagt sie immer, für mich Und die darf sich dann immer eins aussuchen Weil wir gehen ja meistens zusammen baden Instagram made me buy it Ich habe auf Instagram gesehen, dass jemand hochgeladen hat Dass er mit diesen Schwarztüchern Seine Wäsche wieder ganz schwarz gekriegt hat Und das habe ich heute gesehen Und habe mich daran erinnert Und dachte, hey, das muss ich mal ausprobieren Und jetzt sehe ich gerade, dass die Packung offen ist Und ich hoffe, dass nicht die Hälfte rausgefallen ist Ja, ich probiere es einfach mal aus Also die Fotos, die sie hochgeladen hat Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe Die waren auf jeden Fall sehr vielversprechend Und ich probiere das jetzt einfach mal aus Vielleicht mache ich dann auch ein Vorher-Nachher-Bild Und dann könnt ihr gucken, ob das was für euch ist Was natürlich nie fehlen darf, ist die Pflege für den Mann Und das hat mich ja reingeworfen Sein Rexona-Diode ist jetzt auch nichts Besonderes Ähm, das kaufen wir auch schon seit sechs Jahren Und er wahrscheinlich noch viel früher Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen Für mich durfte es dann noch eine Mundspülung sein Und, naja, ganz ehrlich Ich sehe die Farben natürlich und muss es einfach haben Es ist von Perlweiß Und ich weiß gar nicht, was es kann Äh, Verfärbungen vermeiden, etc. pp Und dann kann man es schütteln Und dann wird so eine ganz tolle Farbe daraus Und es sieht aus wie so ein Zaubertruck Ich finde es ganz toll Ich glaube, es ist maßlos teuer gewesen Aber ich habe es einfach eingepackt, weil ich die Farben so schön fand Und ich bin einfach ein Verpackungsopfer, was das angeht Und für mich ergab es dann nur die ganz billige Variante Von Dottodent Aber die ist auch sehr gut Die habe ich vorher auch verwendet Die finde ich übrigens richtig toll Die ist sehr, sehr günstig Sehr, sehr effektiv Das geht bei uns auch immer weg Weil das benutzen wir so zwischendurch immer Ich mag das Die kleine Putzfee in mir Musste natürlich auch ein bisschen was zum Putzen kaufen Und da gab es dann nochmal Swiffertücher Die gibt es auch in günstig Aber diese Verpackung sorgt einfach dafür, dass sie immer nass sind Das ist einfach bei den anderen nicht so Und deswegen entscheide ich mich auch immer wieder für die Swiffertücher Die sind einfach perfekt Kann man jetzt auch nicht so viel verkehren machen Und passend dazu gab es natürlich auch wieder mal meine Feuchtputztücher Die habe ich immer neben der Toilette zu liegen Einfach um zwischendurch mal drüber zu wischen Und die gehen bei uns auch weg wie nichts Die benutze ich aber eigentlich auch nur im Bad Weil alles andere mache ich mit Babyfeuchttüchern sauber Und die duft so gut Die duft so wirklich so toll Ich liebe den Duft Na, Granatapfel Eine Beauty Sache durfte es dann heute doch sein Und zwar habe ich gemerkt, dass mein allerliebstes Make-up Was ich wirklich sehr, sehr gerne verwende Und auch immer wieder verlinke Mir so ein bisschen eine Nuance zu dunkel geworden ist Weil ich keinen Selbstbräuner aktuell benutze Und deswegen habe ich mir den gleichen nochmal in einer Nuance heller geholt Diesmal jetzt in der 100 Ivory Das ist die von Astor Ich verlinke euch das auch gerne nochmal unten in der Infobox Das ist einfach das beste Make-up, was ich in den letzten Jahren verwendet habe Es ist ganz leicht und weich Und es ist für mich genau das Richtige Jetzt wie gesagt nochmal in einer Nuance heller Weil ich einfach durch die Schwangerschaft und auch durch den Winter draußen natürlich So ein bisschen eine Blassnase geworden bin Und dann eben nicht maskiert aussehen möchte Mein DM hat gerade 50% auf alle Astor Produkte gehabt Das heißt also, da hat der nur noch 4 Euro gekostet Und das hat mich natürlich gleich direkt noch ein Stück glücklicher gemacht Weil mich die Farben so angesprochen haben, durfte auch dieses Airwig-Duftsprühding mit Dieses Blau hat mich irgendwie total angetörnt Und ich brauche für mein Badezimmer sowieso noch so ein Ding Also dachte ich mir, kann ich mir das mal mitnehmen Wir haben so eins auch im Flur stehen Und ich habe mich mittlerweile so an das Geräusch gewöhnt Was alle 36 Minuten kommt Dass es mir fast fehlen würde, wenn es nicht mehr da ist Auch wenn wir es hier immer verfluchen Das Ganze jetzt halt auch einfach für mein Badezimmer Und ja, ich bin gespannt, wie der Duft so ist Ich kenne das noch nicht, aber ich finde, das sieht sehr vielversprechend aus Micha hat sich auch noch was ausgesucht Nämlich das neue Balea Men Bartöl Dazu kann ich noch gar nicht so viel sagen Außer, dass es für die Größe Ich packe es jetzt einfach mal ganz kurz aus Vielleicht die Männer oder die Frauen unter euch, die Männer mit Bart zu Hause haben Wissen ungefähr, wie teuer Bartöl eigentlich ist Micha sagte, dass diese Größe für 5 Euro schon ein Hammer ist auf jeden Fall Er hat sich die Inhaltsstoffe angeschaut Wollte es dann mitnehmen, um es zu probieren Ich hätte es ihm wahrscheinlich auch mitgebracht Obwohl ich vor ein paar Wochen eine Pflegeserie für meine Haare von Cosmo geschickt bekommen habe Musste ich leider wieder auf mein altbewährtes Fibralogie umsteigen Ich bin einfach so zufrieden damit Das ist bisher das erste und einzige Drogerie-Produkt für meine Haare Wovon ich so begeistert bin Dass ich jetzt sogar das teure austausche Also ich habe sowohl Kerastase dagegen eingetauscht Jetzt halt, ich glaube, jetzt benutze ich gerade Vela oder irgendwas Ich weiß es gerade nicht so richtig Ich weiß nicht, warum meine Haare damit nicht zurechtkommen Ich habe jetzt auch einen längeren Zeitraum verwendet Und es hat trotzdem nicht so funktioniert mit uns Ich steige jetzt einfach wieder auf mein Elvital um Und ich bleibe einfach dabei Weil das macht meine Haare so schön weich Und es riecht so lecker Also schaut auf jeden Fall mal vorbei Wenn ihr bei DM seid oder bei Rossmann oder wo auch immer Riecht mal dran und versucht es einfach mal Die Sachen kosten echt nicht viel Vielleicht ist es auch was für eure Haare Wenn ihr auch so störrische Haare habt Die immer so aufgehen beim Kämmen Vielleicht ist das dann auch für euch was Richtiges So und nochmal ein bisschen Haushalt Rohrreiniger Granulat Wie unromantisch Das ist etwas, was man braucht Ich habe nämlich Michas und meine Dusche geschrubbt Beziehungsweise meine Badewanne, seine Dusche Und wenn man dann den Deckel abnimmt Merkt man meistens, wie viele Haare man eigentlich verliert Und deswegen, das ist eigentlich auch sowas Was wir immer daheim haben Immer mal wieder in die Rohre laufen lassen Und damit sauber machen Ich benutze das aktuell nicht Aufgrund der Schwangerschaft Das muss Micha dann also machen Weil die Dämpfe, die da hochsteigen Ziemlich gefährlich sind Und nicht so gesund Für eine schwangere Frau Das heißt also, Micha muss da nachher ran Aber das kann man auf jeden Fall Immer mal zu Hause haben Und das letzte für den Haushalt Sind meine Staubblitzbezüge Für den Zwiffer Also ich habe so einen Zwifferstab Und kaufe immer die günstigen Bezüge dafür Und laufe hier dann immer mit meinem Staubwidel Durch die ganze Wohnung Und beudel einmal alles ab Ich habe da noch so einen ganz kleinen Tipp Und zwar rege ich mich immer darüber auf Dass ich mit dem Staubsauger nicht hinter die Schränke komme Nicht neben die Waschmaschine Es gibt ja immer so kleine Schlitze Die man hat zwischen Schrank und Wand oder so Einfach mit diesem Ding dazwischen gehen Den ganzen Staub rausholen Und es sieht aus, als würdet ihr ständig dahinter sauber machen Ich leide momentan unter extrem trockener Gesichtshaut Ich weiß nicht, was ich noch machen kann Normalerweise benutze ich ungern Peelings Wenn, dann benutze ich Enzym-Peelings Ich habe eigentlich so ein Pulver Was man mit Wasser mischt Was dann zu so einem Schaum wird Aber selbst das funktioniert momentan nicht Ich habe immer ganz, ganz trockene Stellen Auf der Nase, auf der Stirn und hier unten Ich glaube, das ist jetzt einfach auch eine Sache Der Hormonumstellung Von daher, ich werde jetzt da auch nicht viel ändern Aber ich habe mir nochmal ein kleines Peeling gekauft Was ich früher als, ja, ich sag mal ein bisschen jüngere Dame Schon immer benutzt habe Da mag ich den Duft sehr, sehr gerne Es ist ziemlich teuer gewesen Es ist von der Eigenmarke Balea von DM Und es ist trotzdem noch recht mild Auch wenn es eben ein mechanisches Peeling ist Nennt man das so Ich denke, das wird mir helfen Bevor ich zu DM gehe, schaue ich meistens auf die DM-Seite Unter Neuheiten oder Neuprodukte Was es so gibt und schreibe mir dann auf Woran ich mal stuppern möchte Oder was ich mir mal angucken möchte Und darunter heute auch ein Deo mit Pfirsich Ich könnte wirklich ein bisschen alles reinsetzen, was Pfirsich ist Und ich hatte mal ganz von der Farbe abgesehen Die ich natürlich auch super schön finde Ähm Geht es einfach nach Pfirsich Aber nach einem, nicht nach so einem süßen Pfirsich Sondern nach einem Da Pfirsich Ich finde es sehr, sehr schön Das habe ich mir auch gleich mitgenommen Obwohl ich gerade eigentlich noch eins in Verwendung habe Und eigentlich meine ganzen Deos mal aufbrauchen wollte Es waren doch noch nicht alle Produkte Ich habe das Allerwichtigste vergessen Das Basic, was jeder zu Hause hat Klopapier Ja, auch wir benutzen Klopapier Ähm, ganz normales Dreilagiges Ich erwische mich immer wieder dabei Wie ich eigentlich teures Klopapier kaufen möchte Weil es entweder schön bedruckt ist oder toll riecht Aber es ist eigentlich so sinnlos Ich glaube, mehr brauche ich darüber auch nicht erzählen Und jetzt sind wir tatsächlich am Ende angekommen Das waren alle Produkte, die wir heute in unserem Einkaufskorb hatten Sie sind jetzt hier so verteilt Ihr seht es nicht Aber ich muss jetzt gleich erstmal aufräumen und alles wegräumen Ich hoffe, mein kleiner Haul hat euch gefallen Wenn ihr irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Produkten habt Oder wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt Was zum Beispiel die Schwarzwärbetücher angeht Dann lasst es mich einfach mal wissen Dann weiß ich, dass ich darauf nochmal eingehen kann Und ansonsten erzählt mir auf jeden Fall Ob ihr an mehr solcher Videos interessiert seid Wollt ihr wissen, was wir einkaufen Wollt ihr wissen, was wir in unserem Haushalt benutzen Oder was wir in unserem Alltag einfach brauchen Dann erzählt es uns einfach Dann möchte ich mich jetzt mal höflich verabschieden Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart Und wir sehen uns auf jeden Fall bei einem der nächsten Videos Bis dann!